Was ist das für ein Blatt? 15 Minuten vorher. Machst du Schluss mit mir, Emre? Ich bin verwirrt. Bleib stehen, Emre. Was hast du gemacht, Fatima? Ich habe nichts gemacht. Doch bestimmt, so habe ich Emre noch nie gesehen. Es ist besser, wenn Emre Schluss mit mir macht. Warte, Emre. Ich komme. Warum lässt du meinen Sohn nicht in Ruhe? Emre passt besser zu Seneb. Genau! Emre will dich nicht mehr, ja? Ja, Emre möchte jetzt mein Freund sein. Das glaube ich erst, wenn Emre mir das ins Gesicht sagt. Vorher könnt ihr mich mal. Warte, Emre. Seneb, du musst Emre bekommen. Ich will, dass du seine Freundin wirst. Ja, Fatima! Emre gehört mir! Ich werde ihn heiraten! Wo bist du, Emre? Ich will die Wahrheit wissen. Ich muss ihn finden. Hol dir, Emre, Seneb. Ich verlasse mich auf dich. Ja, Fatima! Warum hast du eigentlich Hausschuhe an, Fatima? Äh, die sind bequem. Die sehen heiß aus, ja? Danke, Seneb. Jetzt schnapp dir meinen Sohn. Mach mich stolz. Ja, Fatima! Lass uns mal Kaugummis klauen gehen, ja? Ja, Bruder. Dreh dich um, Malek. Der hat geile Schuhe, ja? Du hast geile Schuhe, Bruder. Danke. Warum heulst du, Bruder? Zwei Frauen wollen mich haben. Du hast ja echt Probleme, Alter! Freu dich doch, Mann! Nein, ihr versteht das nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Nimm einfach die Hübschere. Wie heißen die beiden Frauen? Ich finde Emre nicht. Wo kann er sein? Suchst du nach Emre? Ja, er ist mein Freund. Nein, Emre hat doch Schluss gemacht mit dir, ja? Das hat er gar nicht. Ich gebe Emre nicht auf. Natürlich hat Emre Schluss gemacht! Ich muss das aus Emres Mund hören. Vorher glaube ich das nicht. Niemals. Wohin gehst du? Zu Emre. Und du wirst mich nicht aufhalten. Tschüss! Emre gehört mir! Bleib stehen, ja? Sag mal, wie die zwei Frauen heißen, ja? Mia und Zeynep. Meinst du Queen Zeynep? Ja, kennt ihr sie? Ja, ich war mal mit ihr zusammen. Ich auch. Krass! Und wie ist sie so? Die kann gut küssen, ja? Eigentlich liebe ich Mia. Aber Zeynep passt besser zu mir. Ist diese Mia hübsch, ja? Ich bin so verwirrt. Der läuft in den Wald, ja? Alter, der Wald ist richtig gefährlich. Nicht so gefährlich wie wir, Bruder. Haha, ja. Wir sind die gefährlichsten Jungs aus Frankfurt. Lass mal am Bahnhof chillen, ja? Ja. Lass da Frauen abchecken. Alter, da ist ein richtig heißes Mädchen hinter dir, ja? Darauf falle ich nicht nochmal rein, Hamza. Ich sage die Wahrheit, Bruder. Oh, hallo. Ich bin Malik. Alter, die ist richtig heiß. Ist das Peter? Peter, Kleingeld! Hast du Kleingeld, Bär? Oh mein Gott. Was macht er da? Das ist zu gefährlich, Peter. Oh, Junge, Kleingeld! 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 Peter, ich brauche deine Hilfe. Hast du Kleingeld? Nein, aber ich brauche deine Hilfe. Peter hat kein Kleingeld für dich. Ich brauche etwas anderes. Was denn? Hast du ein Blatt und einen Stift für mich? Ja, warte. Willst du mein Haus sehen? Äh, nein, danke. Ich möchte nur ein Blatt und einen Stift haben. Okay, Kleingeld! Ich suche einen sehr hübschen Jungen. Habt ihr einen gesehen? Ja, mich. Nein, ich! Sie meint mich Hamza. Nein, sie meint mich! Ich verprügel dich. Sie gehört mir. Versuch es doch! Ich mache dich fertig! Das Mädchen gehört mir, ja? Frankfurt ist doch nicht normal. Ich frage das Mädchen nach ihrer Nummer. Vielleicht ist Emre in diesen Wald gelaufen. Nein, ich bekomme ihre Nummer! Frankfurt ist gottlos. Ich liebe das Mädchen. Ich auch. Ich werde sie heiraten. Nimm mich Baby. Hä? Sie ist weg. Das ist alles deine Schuld, ja? Lass Energy kaufen und am Bahnhof chillen. Gute Idee, Bruder. Hamza! Malik! Was macht ihr hier, ja? Ist das Sehneb? Danke, Peter. Du bist echt nett. Sind wir jetzt Freunde? Äh, ja gerne. Wir können Freunde sein. Ich bin Emre. Peter hat jetzt einen Freund! Hast du sonst keine Freunde? Nein, Peter hat sonst keine Freunde! Aber jetzt hat Peter Emre! Ich muss etwas erledigen, Peter. Okay, bis dann, mein Freund! Sag nicht, dass das Sehneb ist. Ja, das ist sie. Will einer von euch wieder mein Freund sein? Du hast mich mit Hamza betrogen. Und mich hast du mit Malik betrogen. Echt? Das habe ich voll vergessen, ja? Lösch mich von Insta, ja? Mich sollst du von Sehneb und WhatsApp löschen. Mir doch egal, ja? Ich werde eh Emre heiraten! Und ich lade euch nicht auf unsere Hochzeit ein! Es wird jetzt ernst. Ich werde mich zwischen mir und Sehneb entscheiden. Dafür brauche ich dieses Blatt. Ich schreibe jetzt eine Liste. Dann weiß ich, wen ich als Freundin nehmen sollte. Peter ist glücklich! Peter, hast du Emre gesehen? Klein jetzt? Nein, sein Name ist Emre. Hm, Peter weiß nicht! Denk bitte nach. Es ist sehr wichtig. Emre ist mein Freund! Peter weiß, wo Emre ist. Ich muss ihn dazu bringen, es mir zu sagen. Peter, willst du auch mein Freund sein? Ja, dann hätte Peter zwei Freunde! Dann sag mir, wo Emre ist. Emre ist in meinem Haus! Meinst du das Zelt? Ja, Kleingeld! Emre, bist du hier drin? Warum sagt Emre nichts? Emre, Kleingeld! Kann ich mal in das Zelt schauen? Äh, ich meine in dein Haus. Ja, Peter erlaubt! Okay, danke! Mia, wo ist Emre? Hm, mir fällt nichts mehr ein. Ich muss aber weiter überlegen. Sonst kann ich mich nicht entscheiden. Streng dich an Emre. Das geht dich nichts an, Zeynep. Ich weiß, wo Emre ist. Wo denn, Peter? Wirst du dann Peters Freund? Ja, natürlich! Sag es ihr nicht, Peter. Emre ist in meinem Haus! Ich liebe dich, Emre! Ich komme rein! Peter kommt auch! Hä? Wo bist du, Emre? Du hast doch gesagt, dass Emre hier ist Peter. Guck, Kleingeld! Das ist schön, Peter. Aber wo ist Emre? Emre, Kleingeld! Ich glaube, der meint das Bild, ja? Das ist Emre! Wohin geht ihr, Freunde? Frankfurt ist nicht normal. Düsselstadt ist nicht normal, ja? Lass uns zusammen baden, Emre! Okay, das ist echt nicht normal, ja? Ich suche jetzt weiter nach Emre. Ich werde Emre zuerst finden! Und dann werden wir ein Paar, ja? Du suchst da. Und ich suche da. Ich werde gewinnen, ja? Ich hasse diese Zeynep. Ich werde dich finden, Emre. So, ich bin fertig mit der Liste. Ich gucke mir es jetzt mal an. Dann kann ich Mia und Zeynep vergleichen. Ich habe dich gefunden, Emre. Oh nein, Mia! Du sagst mir jetzt sofort, was los ist, Emre. Ey! Machst du echt Schluss mit mir? Ich habe die Wahrheit verdient. Sag es mir! Ich bin so verwirrt, Mia. Lass uns doch darüber reden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe nicht, was Emre hat. Macht er jetzt Schluss mit mir oder nicht? Hä? Was ist das für ein Blatt? Das ist eine Liste. Hier stehen Dinge über mich und Zeynep. Hat Emre das geschrieben? Ich muss lesen, was da steht. Jetzt verstehe ich, was los ist mit Emre. Emre weiß nicht, wen er nehmen soll. Er muss auf jeden Fall mich nehmen. Ich weiß, was ich tun muss. Da bist du ja, Schatz. Was hast du die ganze Zeit gemacht, Mama? Ich habe mir Frankfurt angeguckt. Diese Stadt ist nicht normal, Mama. Bist du jetzt mit Zeynep zusammen? Nein, das bin ich nicht. Aber sie passt doch so gut zu dir. Ja, aber ich liebe Mia noch. Vielleicht verliebst du dich bald in Zeynep. Ja, vielleicht. Ich werde Emre bekommen. Hey Schätzchen, was kann ich für dich tun? Ich will so aussehen wie Zeynep. Wie sieht Zeynep denn aus? Die ist aus Frankfurt. Okay, das reicht mir. Komm mit. Emre! Halschkimm! Ich habe dich gefunden! Hallo Zeynep! Willst du jetzt mein Freund werden? Ich. Emre! Mia? Ich heiße nicht mehr Mia. Ich bin die Lara. Was hast du getan? Willst du immer noch Schluss mit mir machen? Ich wollte nie mit dir Schluss machen. Aber jetzt mache ich auf jeden Fall Schluss. Wie bitte? Das darf nicht wahr sein. Gebt einen Daumen hoch, wenn ich den nächsten Part hochladen soll. Und klickt jetzt auf diese Folge.